Heute treffen wir zum Interview den sächsischen Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden Michael Kretschmer zum Interview. Es gibt viele spannende Fragen. Wir hoffen uns viele spannende Antworten. Denn in vier Wochen wird in Sachsen gewählt und in zwei anderen ostdeutschen Bundesländern. Wir wollen wissen, warum ist die AfD so stark und hat die CDU im Osten überhaupt noch eine Chance? Herr Kretschmer, die CDU ist seit vier Jahren im Bund, in der Opposition. Sie führt in den Umfragen inzwischen deutlich vor der Ampel. Haben Sie die Wahlniederlage von 2021 gut verarbeitet und den Erneuerungsprozess nach der Ära Merkel abgeschlossen? Auf jeden Fall haben wir mit dem neuen Grundsatzprogramm wirklich eine völlig neue Richtung. Wir haben uns neu aufgestellt. Eine Partei, die auf Leistung setzt, die klar die Versäumnisse der vergangenen Jahre mit benennt, klar eine Haltung hat zum Thema Migration. Ich glaube, bei uns weiß man schon, dass wir mit pragmatischen, menschlichen Vorschlägen, aber doch sehr konsequent bei dem Thema Migration zu einer Veränderung kommen wollen. Jetzt haben Sie das inhaltlich nett beantwortet. Reden wir über Personen. Man hat den Eindruck, dass Markus Söder auch im Osten besser ankommt als Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz. Woran liegt das? Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine neue Aufstellung gab in der CDU, was Personen angeht. Das sieht man ja auch an vielen Stellen. Die Leute sind aktiv. Sie leisten vor allen Dingen programmatisch etwas, stellen sich neu auf. Ich bin ganz froh, z.B. mit meinem Kollegen Karl-Josef Laumann, jetzt unser Vorschlag zur Reform der Pflegeversicherung, dass es uns wirklich gelingt, diesen Zustand jetzt zu ändern, dass Menschen, die ihr Leben lang nichts vom Staat wollten, mit einer kleinen Rente, Sachsen ist so 1.200, 1.400 Euro, ist jetzt keine Seltenheit, 3.000 Euro Zuzahlung, das kann doch so nicht sein, dass wir die in die Schleife schicken, dass sie alle Sozialhilfempfänger werden. Das ist nicht in Ordnung. Und mit Karl-Josef solche Dinge zu verändern, gemeinsam auf den Weg zu bringen, das ist einfach klasse. Das haben Sie nett gesagt, aber leider nicht die Frage beantwortet. Wir haben Herrn Laumann gelobt, aber nicht Herrn Söder und auch nicht Herrn Merz. Also diejenigen, die uns hier in diesem Wahlkampf unterstützen, die da sind, Friedrich Merz, Markus Söder, Hendrik Wüst, das ist wirklich toll zu erleben. Aber auch viele, viele Kollegen aus der Bundestagsfraktion, viele Kollegen aus der CSU, es ist ein schöner gemeinsamer Chorgeist, weil es in der Tat um viel geht. Das ist hier eine Schicksalswahl. Wir haben miteinander erlebt, durch die Versäumnisse der Bundespolitik, durch diese gesellschaftliche Spaltung, waren die letzten Wahlen, die stattgefunden hat. Und da war die hessische Landtagswahl, da war die bayerische Landtagswahl, da war vor allen Dingen die Europawahl. Das waren Protestwahlen. Oder es waren Abstimmungen über Migration, über das Gebäudeenergiegesetz, über den übergriffigen Staat. Und jetzt zu erreichen, dass diese Wahl eine Sachsenwahl wird, dass es wirklich um Sachsen geht, das ist extrem anspruchsvoll, weil eben viele, viele Menschen doch verärgert sind, den Zutrauen in die Demokratie verloren haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass der überwiegende Teil dieses Landes, der Menschen, die noch offen sind, jetzt verstehen, es ist eine strategische Wahl, die notwendig ist. Die stärkste Partei muss die CDU werden, damit sie einen Regierungsauftrag bekommt und damit wir hier nicht in Thüringer Verhältnisse reinkommen, die nicht regierungsfähig sind, Minderheitsregierung, das Chaos ausbricht, sondern die Stärke Sachsens war immer seine Stabilität. Lassen Sie uns noch ein bisschen bei dem Thema Wahl bleiben. Sie haben es selber angesprochen. Sie haben gesagt, es soll eine Sachsenwahl werden. Sie haben sich in Richtung Sachsenwahl dahingehend geäußert, dass Sie sagen, Sie würden am liebsten nicht mehr mit den Grünen regieren wollen. Herr Söder sagt das übrigens auch, um auf Ihren bayerischen Kollegen zurückzukommen. Warum macht das Herr Merz nicht in dieser Form? Das weiß ich nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass er das auch nicht so sieht wie wir. Der Punkt ist doch, die Grünen hatten eine historische Aufgabe, Ökonomie und Ökologie miteinander zu versöhnen. Und was haben Sie getan? Sie sind einfach ideologisch mit dem Kopf gegen die Wand ständig, beim Thema Gebäudeenergiegesetz, beim Thema Elektromobilität, bei vielen, vielen anderen Dingen. Die Aufkündigung, dieses hart erarbeiteten Konsens zum Braunkohleausstieg 38. Wir hatten noch drei Atomkraftwerke. Ja, Frau Merkel wollte den Ausstieg. Aber das ist jetzt eine andere Zeit. Wir haben jetzt noch drei Atomkraftwerke gehabt, mitten in dieser Energiekrise. Und ich glaube, das war der Punkt, wo die Deutschen endgültig gesagt haben, jetzt ist Schluss. War das ein Fehler? 6% der deutschen Energieversorgung CO2-frei. Einfach so abzuschalten, an dem Punkt war für jeden klar. Hier geht es nicht um das Land, hier geht es nicht um die Menschen, hier geht es alleine um das, was man ideologisch sich vorgenommen hat. Und mit solchen Leuten ist kein Staat zu machen. Nun ist der Ausstieg aus der Atomenergie ein Projekt gewesen, das unter Schwarz-Gelb umgesetzt wurde, unter der Regierung Merkel. Würden Sie so weit gehen, dass das zum damaligen Zeitpunkt übereilt oder ein Fehler war? Sie haben ja damals auch im Bundestag gesessen und haben es miterlebt. Ich habe damals mit meinem Thüringer Kollegen und mit meinem hessischen Kollegen lange Papiere aufgeschrieben, weiß ich noch wie heute, und deutlich gemacht, es ist extrem schwierig, aus Braunkohleverstromung und aus Atomenergie gleichzeitig auszusteigen. Was bedeutet es für die ökonomische Situation in Deutschland? So, da will ich auch sagen, bin ich auch über viele Jahre sehr klar in meiner Haltung. Aber man muss sagen, dass das letzte Mal, als diese Energiepolitik berechnet worden ist, die Kommission zum Ausstieg aus der Braunkohle war. Und damals haben die Leute schon gewusst, wahrscheinlich geht das nicht, aus Braunkohleverstromung, aus Atomenergie gleichzeitig auszusteigen. Es war klar, man kann diesen Weg überhaupt nur gehen, Schritt für Schritt. Man braucht bis 38 Zeit, damit es auch ökonomisch verträglich ist, was den Netzausbau angeht. Und man braucht sehr viele große Gaskraftwerke, die nur deswegen funktionieren, weil das Gas zu der damaligen Zeit sehr günstig war, weil es über die Pipeline aus Russland kam. Und man sagen konnte, dieses Gas hat nur einen halb so hohen CO2-Ausstoß wie die sächsische Braunkohle beispielsweise. Wenn wir jetzt wissen, dass sich die Dinge geändert haben, muss man auch neue Wege gehen. Und deswegen ist mein Vorschlag, nachdem diese Energiewende gescheitert ist, lasst sie uns bitte noch einmal neu aufsetzen. Und es geht nicht nach dem Prinzip, koste es, was es wolle, sondern dem Ziel CO2-Reduzierung muss die Frage des Preises, also die ökonomische Notwendigkeit, gleichberechtigt gegenübergestellt werden. Und wenn man das tut, werden wir von Ökonomen und von Wirtschaftswissenschaftlern auch ein kluges Konzept bekommen, was dieses Land ökonomisch stark hält und trotzdem ein Land ist, in dem Klimaschutz praktiziert wird. Zusammengefasst würden Sie dann die drei Atomkraftwerke, wenn das überhaupt technisch geht, wieder anschalten? Wir haben in den Monaten davor sehr deutlich gesagt, man darf sie jetzt nicht abschalten. Wir waren immer der Meinung, lasst sie uns auf jeden Fall wieder ans Netz nehmen. Und natürlich ist es so, wie bei Nord Stream 1. diese Regierung schafft Fakten, indem sie nicht handelt. Also Nord Stream 1 zu sichern, zu reparieren, für die vielleicht nächste Generation oder für eine Zeit nach dem Krieg zu erhalten, wäre doch das Mindeste gewesen, wenn es durch einen Terroranschlag so zerstört worden ist. Und bei den Atomkraftwerken ist es auch so. Natürlich, je länger das geht, je schwieriger wird es, wieder diese ans Netz zu nehmen. Aber was ist das eigentlich für eine Haltung? Was ist das eigentlich für eine Politik, die der nächsten Generation die Chance nimmt, auch mal eine Veränderung zu erzeugen, eine neue Einsicht zu bringen, die vielleicht sagt, das, was meine Vorgänger gemacht haben, war nicht optimal, ich gehe nochmal einen anderen Weg. Rückwege abschneiden, Sachen alternativlos machen. Das ist das, was diese Regierung macht. Sie verteuert die Energie, sie treibt die Industrie aus unserem Land. Natürlich sorgt das für CO2-Einsparungen, aber auf welchen Kosten? Und ist das wirklich auch mehrheitsfähig, was hier passiert? Die Energiefrage ist eine der großen Fragen, die die Bürger auch angesichts der anstehenden Wahlen bewegt. Das Thema Bürgergeld ist ein anderes, das die Ampelregierung zu verantworten hat. Sie sind einer der vehementesten Kritiker der jetzt praktizierten Regelung. Sie wollen die Regeln fürs Bürgergeld verschärfen, das haben sie immer wieder erklärt. Andere Länder in Europa zahlen zum Beispiel abgelehnten Asylbewerbern nur Sachleistungen, aber keine finanzielle Unterstützung. Wäre das ein Modell für Deutschland? Wir müssen uns da ehrlich machen. Wir können nicht die Menschen dafür beschimpfen, dass sie nach den Regeln leben und sich an die halten, die der Staat aufgestellt hat. Und wir haben damals bei der Einführung des Bürgergelds sehr deutlich gesagt, das ist nicht gerecht. wenn Menschen, die arbeiten, einen Beitrag leisten müssen für Menschen, die arbeiten könnten, aber es nicht tun. Und deswegen muss man das Verhältnis umdrehen. Wir können jetzt nicht Leuten hinterherrennen und sagen, bitte gearbeitet doch und wir bieten euch dann zwei, dreimal etwas an, sondern Friedrich Merz hat es, glaube ich, sehr gut analysiert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist sehr eindeutig. Es gibt ein Mindestmaß an sozialen Leistungen, die wir bezahlen müssen, die quasi die Menschenwürde darstellen, aber die Gerichte haben auch sehr deutlich gemacht, Menschen, die eine Arbeit angeboten bekommen, sie nicht annehmen, brauchen sie offensichtlich nicht. Wenn sie sie nicht brauchen, sind sie nicht bedürftig. Wenn sie nicht bedürftig sind, brauchen sie auch keine Sozialleistungen. Und entlang dieser Linie muss man jetzt für Deutschland ein System entwickeln. Das ist im Grunde genommen der Ausweg aus dieser Situation, wo viele sagen, man darf gar nichts, man kann nicht. Doch, man kann und man muss auch. Und Deutschland soll ein Einwanderungsland sein. Und das will ich auch nochmal sagen. Ich habe diese ukrainischen Menschen, die hergekommen sind, als etwas ganz Positives erlebt und würde immer sagen, welche Volksgruppe, die wir aus dem Ausland nach Deutschland holen wollen als Fachkräfte, könnte eigentlich einfacher sein als diese Menschen, die Jungs sind oft, die aus einem europäischen Land kommen, aus einem modernen Land kommen, die sehr gebildet sind, die nur eins nicht können, ja, unsere Sprache sprechen. Und dass in allen anderen europäischen Ländern 50, 60, 70 Prozent arbeiten und bei uns 20 oder jetzt angeblich 29, zeigt doch, es liegt nicht an dieser Volksgruppe, sondern es liegt auch an unseren Regeln. Und wenn man jetzt sieht... Machen wir es konkret, die Regeln. Also Sie haben gesagt, wir müssen da eine Regel finden. Der Vorschlag ist oder die Frage ist gewesen, wollen wir es so machen, dass wir nur Sachleistungen ausloben an Leute, die herkommen, an Asylbewerber oder Migranten oder halten Sie das für einen Weg, der nicht vereinbar ist mit dem, was bei uns das zum Beispiel das Verfassungsrecht korrigiert. Ich glaube, so einfach geht es nicht. Man muss sich da schon tiefer reinbewegen, aber unter dem Strich steht, es dürfen nur die Leistungen bekommen, die wirklich bedürftig sind. Und wir müssen als Land dafür sorgen, dass diese Pull-Faktoren, die es ja wirklich gibt, reduziert werden. Das haben wir mit der Bezahlkarte geschafft. Unser Ziel war, dass die Rücküberweisungen in die Herkunftsländer erschwert wird. Unmöglich wird es nicht sein, aber erschwert wird. Das haben wir gemacht. Und deswegen muss man an solchen Themen weiterarbeiten. Ganz so leicht wird es nicht sein. Aber gehen wir mal Klartext, Herr Kretschmer, kann sich Deutschland diese Flüchtlingspolitik überhaupt noch leisten und müssten wir nicht im Gegenzug unsere Asylgesetze verschärfen, damit nicht noch mehr Wirtschaftsflüchtlinge zu uns kommen? Ich habe das ja bei Ihnen auch oder mit Ihnen diskutiert. Wir haben 2015 und Folge eine Million Menschen erlebt, die nach Deutschland gekommen sind. Wir haben dann eine andere Situation, aber jetzt mal nur von der Frage, es kommen Menschen und die brauchen Unterstützung, sie brauchen Unterkunft, 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine. Und jetzt letztes Jahr über 300.000 wieder als irreguläre Migration. Von daher, die Zahlen sind zu hoch. Frau Faeser sagt selbst als Innenministerin, wir schaffen die Integration nicht mehr, die Zahlen sind zu hoch und deswegen haben wir, glaube ich, gemeinsam sogar damals gesagt, ich Ihnen, wir müssen runter auf 30, 40, 50 oder 60.000 Personen pro Jahr, nicht auf 300.000 und auch nicht auf 150.000 und dafür müssen wir uns jetzt die Instrumente geben und wenn wir das schaffen und das mal für eine gewisse Zeit lang so ist, dann werden wir die Integration von denen, die da sind, auch schaffen, dann wird das gelingen und dann haben wir alle einen Erfolg. Nun ist es so, dass diese Obergrenze immer wieder diskutiert wird, aber dazu gehört auch, dass die, die da sind und hier nicht mehr einen Aufenthaltsstatus haben, auch wieder gehen müssen. Das heißt, das Thema Abschiebungen ist auch eins, was viele Leute bewegt. Sind Sie dafür, Abschiebungen in großem Stile, wie es mal der Bundeskanzler im Oktober, glaube ich, vergangenen Jahres auf einem großen Nachrichtenmagazin gefordert hat, jetzt endlich anzugehen oder vermissen Sie da vielleicht eine gewisse Konsequenz? Vielleicht drei Dinge, ich versuche es kurz zu machen. Erstens, ich habe den Begriff Obergrenze nie verwendet, sondern ich habe mehrere Zahlen genannt und eigentlich ein Zielbild beschrieben, wo wir hin müssen und weil so ein Zielbild braucht man auch, weil man ja ansonsten gar nicht weiß, sind meine Maßnahmen erfolgreich oder nicht. Aber es gibt ja immer, wenn man Obergrenze sagt, kommt ja die Diskussion gar nicht über, ob das richtig ist, ob die Größenordnung richtig definiert ist, sondern was passiert denn mit dem, der eins drüber ist. Mir geht es nicht um eine oder zwei. Mir geht es darum, dass von einer Kategorie von mehreren Hunderttausend in eine Kategorie reinwachsen von wenigen Zehntausend für die nächsten Jahre und vor allem im Bereich irreguläre Migration erstens. Das Zweite ist, es gibt nicht diese einzelne Maßnahme zur Begrenzung der Migration, sondern man braucht einen breiten Kasten. Und da, finde ich, gehört das Thema Abschiebungen dazu. Gott sei Dank sind wir hier ein Rechtsstaat und dieses Gericht aus Nordrhein-Westfalen, das Oberverwaltungsgericht, was jetzt neulich entschieden hat, stopp mal, nicht jeder, der aus Syrien kommt, ist automatisch so zu behandeln, dass er nicht zurück in sein Heimatland kann. Auch dort gibt es Regionen, in denen man sicher ist. Das Gleiche gilt für Afghanistan. Zeigt ja der deutschen Bundesregierung auch, kommt endlich in die Gänge. Also, was ist das eigentlich für ein Zustand, dass Frau Baerbock hier ständig Menschen ins Land holt, die angeblich irgendwelche Ortskräfte sind, fragt man sich auch, wie viele Ortskräfte gab es denn da eigentlich mal, aber es nicht möglich ist, Menschen da hinzubringen. Und da würde ich sagen, ist es für die Hygiene wichtig, diese Gruppe der Schutzsuchenden wird doch in Misskredit gebracht von denen, die hier kriminell geworden sind. Und dann dürfen die nicht mal abgeschoben werden. Also, da müssen wir uns durchsetzen. Und das hat am Ende hinten raus natürlich auch eine Wirkung auf den Zustrom. Im Kern muss man sagen, das Thema Migration steuert man nicht mit Abschiebung, sondern das Thema Migration steuert man damit, wer kommt. Deswegen müssen die Grenzen nach außen gesichert werden. Deswegen müssen sich alle, die auf dieser Route sind, auch daran beteiligen. Und das haben wir, glaube ich, erreicht mit unseren Grenzkontrollen, dass alle, die vor uns sind, sich auch daran beteiligen müssen. Wie lange sollen die Grenzkontrollen bleiben? Die Grenzkontrollen sind eine enorme Belastung. Ich komme hier selber aus Görlitz. Ich werde da oft darauf angesprochen. Wenn wir diese Grenzkontrollen aufheben, dann wird das Engagement entlang dieser Route sofort abnehmen. Und die Zahlen werden wieder nach oben gehen. Deswegen müssen wir dabei bleiben. Wir müssen uns an der Sicherung der EU-Außengrenze stärker engagieren. Und da will ich auch noch mal ganz deutlich sagen, was unsere polnischen Nachbarn da derzeit machen. Wie die sich an der belarussischen Grenze engagieren. Wie viele polnische Grenzschützer dort auch täglich gesundheitliche Schäden allein verletzt werden. Weil da wirklich schlimmste Zustände sind, wie die angegriffen werden. Das ist eigentlich das, was wir auch mal mehr diskutieren sollten. Diesen Leuten zu helfen, unseren Nachbarn. Wie schlimm wurden die damals diskutiert, als sie die Grenzen schließen wollten? Wie hat man auch den Orban da beschimpft, als er auch einen Zaun bauen wollte? Nee, die Sicherung der EU-Außengrenze ist die Voraussetzung dafür, dass wir innerhalb der Europäischen Union keine Grenzkontrollen brauchen. Herr Kapp, reden wir über die Wahl in knapp vier Wochen. Sie sind sich sicher oder davon überzeugt, dass die CDU trotz starker Umfragewerte der AfD stärkste Partei wird. Was macht Sie da so sicher? Und was passiert eigentlich, wenn das nicht eintritt? Ich arbeite jeden Tag dafür. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen in meiner Partei und vor allen Dingen immer mehr, die auch aus der Bevölkerung kommen. Und es ist manchmal auch sehr bewegend, auch rührend. Und ich denke da sehr viel drüber nach, wenn Menschen kommen und sagen, wissen Sie, ich habe in meinem Leben noch nie CDU gewählt. Aber dieses Mal mache ich das. Es ist mir wichtig, dass dieses Land stabil bleibt, dass wir eine gute Regierung bekommen, dass eine wirklich demokratische Partei hier die stärkste Kraft wird. Und man muss ja immer sagen, nicht jeder Wähler der AfD und nicht jedes Mitglied ist rechtsextrem. Es ist dummes Zeug. Es sind sehr, sehr viele Menschen, die den Vertrauen verloren haben an die Institutionen. Und ich sage immer, ich bin der Ministerpräsident aller Sachsen und ich werde es auch in Zukunft sein. Wir kämpfen um jede Stimme. Aber mir ist klar, dass wir in diesen verbleibenden Tagen nicht mehr sehr viele aus dieser Gruppe zurückgewinnen in das Vertrauen. Und deswegen müssen die anderen das machen. Die anderen, die überwiegende Teile, die 60, 70 Prozent des Landes, die da nicht so festgelegt sind, die da offen sind, die das noch wichtig ist, die müssen das machen. Und wir müssen vielleicht auch nochmal deutlich machen, dass es auch Grenzen gibt, wo Schluss ist. Ich finde, Björn Höcke ist ein Neonazi. Ist jemand, der von seiner ganzen Wortwahl, von den Themen, wie er sich benimmt. Und dass so jemand hier auftritt, hier Wahlkampf macht, hier eng begrüßt wird, das zeigt eben, dass die Führung der AfD hier genau in die gleiche Richtung unterwegs ist. Und nach fünf Jahren Sächsischer Landtag jeden Tag diese furchtbaren Anfeindungen, Plakate, wo oben steht Kretschmer ist Volksverräter, da ist man auch sehr überzeugt, dass das nicht sein darf, dass diese Leute nicht die Verantwortung für dieses Land bekommen dürfen. Gesetzt dem Fall Ihre CDU und Sie an der Spitze schaffen es und werden stärkste Partei, wird es ja mutmaßlich nicht so sein wie in den 90er-Jahren, dass Sie mit der absoluten Mehrheit regieren können, sondern Sie brauchen einen Koalitionspartner. Wir haben es schon angesprochen, erwähnt, mit den Grünen würden Sie nicht so gerne wieder zusammen regieren, dann wird es aber schon relativ dünn, der andere Koalitionspartner, die SPD, ist auch relativ schwach um die Brust, mit den Linken gibt es einen Parteitagsbeschluss, geht man nicht zusammen, bleibt Bündnis Sarah Wagenknecht, die zweistellig sind in Sachsen, in den Umfragen zumindest, mit denen würde es reichen, können Sie das Ihrer Partei erklären, denn da sind ja ganz viele ehemalige linken Parteileute oder sogar SED-Kader in dieser Partei, es gibt Menschen, die sagen, das ist eine alte SED im neuen Gewand, wie gehen Sie da an die Sache ran, also was denken Sie über die? Ich weiß da viel zu wenig darüber, es ist eine Blackbox und eine Projektionsfläche vieler Menschen, die zwangsläufig enttäuscht werden wird, weil so viele unterschiedliche Gruppen jetzt da Erwartungen haben, ich meine, das ist die Vorsitzende der kommunistischen Plattform gewesen, da kommt sie her, aber wir sind ja nicht im politischen Pro-Seminar, es ist jetzt wirklich das echte Leben, wo vor uns liegen noch über 20 Tage Wahlkampf, die sind zu nutzen und es geht bei der Wahlentscheidung der Menschen genau um diese Fragen und diese Fragen jetzt nicht von meiner Seite zu beantworten, sondern den Menschen vorzulegen, was sind denn die Konstellationen, was wäre gut für euer Land, überlegt es euch und vor allen Dingen bewusst zu machen, dass es wirklich das eigene Leben beeinflusst, die eigenen Lebenschancen, dass der Kinder und Enkel, ob dieses Land eine stabile Regierung hat, ob sie bürgerlich konservativ ist mit uns an der Spitze oder ob es anders kommt, das ist jetzt die Aufgabe. Ich würde trotzdem noch mal nachbohren, das kann ich Ihnen nicht ersparen, gesetzt im Fall, Grüne und SPD kommen rein und es würde gemeinsam wieder zu Kenia reichen und Sie sagen, ich verzettel mich jetzt nicht, sondern ich bleibe dabei, dass wir einen anstrengenden Wahlkampf haben, dass wir die ganze Konzentration auf die Themen haben und auf diese strategische Frage, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt werden bei den Wahlen im Osten wahrscheinlich die Ampelparteien massiv abgeschraft. Also gehen wir mal davon aus, die SPD, die FDP sowieso, aber auch die Grünen. Wäre das eigentlich nicht Anlass jetzt für Olaf Scholz nach einem möglichen desaströsen Abschneiden die Vertrauensfrage zu stellen für Neuwahlen? Sie setzt voraus und das steckt in der Frage, dass dieses Wahlergebnis irgendeine Reaktion, ein Unrechtsbewusstsein oder eine Erkenntnis in Berlin freisetzen würde. Und ehrlich gesagt ist ja das der Grund für viele Menschen, warum sie jetzt möglicherweise auch so Protestparteien wählen. Ich würde ja mal behaupten, niemand erwartet von der AfD wirklich einen positiven wirtschaftlichen Punkt, wirklich eine Veränderung im Bereich der Pflegeversicherung oder ähnlich, das können die gar nicht, die haben auch nicht mal das Personal dazu. Aber der überwiegende Teil wählt Protest in der Erwartung, dass sich da etwas bewegt. Und das muss man eben sagen, hat weder nach Hessen noch nach Bayern stattgefunden und auch nicht nach dieser Europawahl. Und deswegen wird es auch nach dieser Landtagswahl nicht stattfinden. Es gibt ein Schütteln und dann geht es weiter wie bisher. Was die Menschen gesagt bekommen haben nach der Europawahl ist, wir sind hier eine Ampelkoalition, wir machen weiter, wir werden auch beim nächsten Mal garantiert die Bundestagswahl gewinnen und Bundeskanzler Scholz wird auch der nächste Kanzlerkandidat der SPD sein. Also mehr ignorieren als das, was da als Botschaft aus dem Land kommt, kann man es nicht. Wir haben noch einmal als Opposition, als CDU, CSU, im Deutschen Bundestag dieser Regierung oft die Hand gereicht. Wir haben einstimmige Beschlüsse der Ministerpräsidenten über das Parteispektrum hinweg zu den großen Fragen, die die Menschen in diesem Land bewegen. Wir wollen Dinge verändern. Wir sind bereit mit dieser Bundesregierung zu arbeiten. Beim Thema Migration, beim Thema Energiepolitik. Dinge zu bewegen, die gut für dieses Land sind und uns rausführen aus dieser Lethargie. Nun wird es nach der Landtagswahl, das kann man schon antizipieren, vermutlich wieder ganz viele Experten und auch Journalisten Kollegen geben, die sich dann über dieses Land beugen, über den Osten beugen und dann ein Befund machen, warum diese Ossis so komisch sind. Wir haben voriges Jahr mit dem Buch von Dirk Oschmann eine interessante Diskussion gehabt zum Osten und dann wird immer unterstellt, die Leute sind undankbar oder frustriert. Wie sehen Sie das mit dem Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Ost und West? Da ist offensichtlich irgendwas schief in der Wahrnehmung oder anders. Erklären Sie es uns, Sie sind bekannteste Ostministerpräsident. Ich weiß nicht, ob diese Diskussion dann wirklich noch so kommt. Ich habe das Gefühl, das ist unsere Erfahrung, auch wechselseitig gewesen, wenn man mal fünf oder zehn oder 15 Jahre zurück schon, es war immer so, aber mittlerweile sickert doch die Erkenntnis ein, dass das, was wir hier erleben, ein Seismograph ist. Übrigens auch die Wahlentscheidung der jungen Leute bei der Europawahl ein Seismograph ist für sehr viele Veränderungen haben, weil sie auch Entbehrungen hingenommen haben, weil sie vielleicht deswegen auch ein anderes Verhältnis haben von Leistung und Solidarität, also anderes Gerechtigkeitsgefühl, sind die Reaktionen stärker. Aber das kommt alles auch in den alten Bundesländern an, es ist mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, die Demokratie zu verteidigen, heißt, die Probleme, die aus Sicht der Bevölkerung, nicht aus Sicht der Politiker, sondern aus Sicht der Bevölkerung da sind, zu lösen. Migration, Energie, übergriffiger Staat, dieses Thema Krieg zu beenden, einen anderen Modus des Miteinanders zu kommen, und dann werden wir erleben, dass die Populisten den Nährboden verlieren, dann wird das auch wieder vernünftig funktionieren, das ist die Aufgabe. Vielleicht noch abschließend zu einem ganz anderen Thema, bei Olympia kam die Diskussion ab, ob man beim Rudern oder Paddeln die Eskimo-Rolle nicht mehr so nennen darf. Nervt Sie diese Sprachpolizei in Deutschland? Ja, auch das führt zu einer Entfremdung. Ich würde mal sagen, Sprache ist lebendig. Ich bin ja auch ein sehr liberaler Mensch. Wenn es Menschen gibt, die gerne gendern möchten, die das Wort anders verwenden möchten, die sich nicht anderen Begriff überlegen, in Gottes Namen macht es, aber in der Schule, in der Hochschule Medien, muss es entweder eine große Offenheit geben, dass alles möglich ist, oder wir müssen bei dem bleiben, was der Rat für deutsche Rechtschreibung über den deutschen Sprachraum, über mehrere Länder hinweg, als verbindlich erklärt. Eben nicht zum Beispiel zu gendern, weil es muss ja eine gewisse Grundlage geben. Und dann würde ich immer noch sagen, ja, kann sein, das Handy oder andere Worte sind ja auch neu eingeflossen. Aber dieses Verbieten, diese Verbotspolitik ist was Irres, sieht man auch im Bereich der Technologieentwicklung. Ich meine, die wenigsten verwenden heute ein Faxgerät und kaum noch jemand einen Fernschreiber. Aber verboten sind diese Technologien noch nicht. Dass hier der Verbrenner verboten werden, dass Heizungen verboten werden, das ist unglaublich. Und das hat ja lange Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das muss so sein und das ist alles, wir sind innovativ und wir sind modern. Nee, die Leute wehren sich dagegen, die wollen das nicht und die haben auch Recht, weil wenn man mit verboten arbeitet, endet das Nachdenken, macht man sich dumm, wird alles eng. Im Bereich der Technologiepolitik muss man offen haben, einen marktwirtschaftlichen Ansatz, es geht um CO2-Vermeidung, also hat das CO2 einen Preis und danach findet der Wettbewerb statt, mit welchen Technologien möglichst preiswert kann ich dieses Ziel erreichen und da kann doch nicht die Politik sagen, was das Ergebnis sein wird. Das hat ja noch nie funktioniert. Also heißt, Sie wollen weiter die Eskimo-Rolle? Eskimo-Rolle Indianer, alles so normale Worte. Christkindlmarkt ist hier. Christkindlmarkt. Man kann nochmal, es werden sich auch Dinge weiterentwickelt, also wir haben in den staatlichen Kunstsammlungen diese wunderbare Smaragdstufe, der Moor mit der Smaragdstufe. Ist umbenannt worden? Ist nicht umbenannt worden, aber man hat ein bisschen mehr erklärt, wo dieses Wort herkommt, was es damals bedeutet hat, dass das übrigens ein Prinz ist, der da ist und dieser Begriff in keiner Weise abfällig ist, aber dass man beispielsweise heute auch von Rechtsextremen, von Menschen, die da bewusst was machen, diese Worte möglicherweise verwendet, um anderen zu schaden und sie zu diskriminieren und dass das dann etwas ist, gegen das wir gemeinsam werden müssen, deswegen muss man nicht das Wort aus dem Duden streichen und aus dem Sprachgebrauch sprechen, sondern eigentlich muss man sogar mehr darum kämpfen, dass es auch positiv besetzt. Aber können Sie nachvollziehen, dass Menschen sich genervt oder verletzt fühlen, wenn solche eingeführten Begriffe, die von Allgemeinheit benutzt werden, auch ohne rassistische Hintergedanken oder so, sondern im allgemeinen Sprachgebrauch hin, plötzlich mit so einem Rassismusetiket versehen werden und dann wird das erklärt und dann werden Gänsefüßchen drangemacht oder so. Ist man da vielleicht hier in der SKD ein Stückchen zu weit gegangen? Würden Sie da mitgehen? Das ist eine Kultureinrichtung, das ist wie ein Theater, da muss diskutiert werden und da geht es ein bisschen in die eine Richtung, dann wieder zurück und so, das ist Diskursraum. Aber ich bin ganz der Meinung, dass mich das nervt und ich sage mal, aus meiner Jugend, ich komme aus Görlitz, haben wir immer über Breslau gesprochen und wenn ich in Breslau war, mit polnischen Freunden, dann habe ich auch oft gesagt Frotzlau, weil ich mich in ihrem Sprachraum bewege und ich fand das immer so beeindruckend, wenn dann Menschen aus Deutschland kamen, die das Wort Wrotzlau nicht mal richtig aussprechen konnten, aber sich da abgebrochen haben und mir dann sagen wollten, man darf nicht Breslau sagen, weil Breslau wäre ja der Gebietsanspruch und da habe ich mich schon damals nicht drauf eingelassen. Heute haben wir eine große Lockerheit bei diesem Thema, das wird das eine wie das andere verwendet und so muss man es auch bei diesen anderen eingeführten Begriffen machen und so kann man das meines Erachtens auch mit der Gendersprache machen, wenn das ein paar Leute machen, ich meine, bricht uns auch kein Zacken aus der Krone, wir wollen bloß nicht irgendwie hier geschulregelt werden, oder? So ist es. Gut, mehr Lockerheit ist der Appell. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden und das ist vor allen Dingen für Sachsen wichtig, wir wollen uns nichts von Rechten, nicht von Linken vorschreiben lassen, nichts von Leuten in Berlin, in Brüssel, wir gehen hier in Sachsen unseren sächsischen Weg. Schönes Schlusswort, vielen Dank, Herr Kretschmann, für das Interview. Danke auch. Danke.